Ich fahre hier weiter mit Stündern, wo man das Maurschiessen spürt. Ich bin ein bisschen blöd, weil die Gäcke nicht besiegen kann. Ich hatte einfach Glück, dass ich es einfach immer abwehren kann. Das haben sie jetzt. Ich bin durchbrochen. Ich fahre hier. Ich aktiviere meine Sprengfrau. Ich fahre hier den Schlüssel. Damit wir natürlich schauen, wo es da ist. Weil es den Schlüssel hat. Ich kann schauen. Der Schlüssel ist da innen irgendwie. Ah, da hätten es. Der Schlüssel ist noch nicht angezeigt. Die sechstischen Hunde sind nordischem Stahl nicht gewachsen. Ich denke, das ist eine Sprengfrauherrigkeit, die das hat. Jetzt gehen wir hier rein. Zur Tür. Probieren wir hier, ob die Dinge sich gut befreien können. Jetzt ist der Fotomodus aktiviert. Ich denke, dass wir die Bänkau inaktieren können. Die Draugleben. Da hat man besiegt. Und da hat es... Nichts, wenn man leider machen kann. Man kann es weiter hängern. Die Seigurte kann nicht annehmen. Die Seigurte kann nicht. Die Seigurte kann nicht sein. Die Seigurte kann nicht sein. Die Seigurte müssen oben dran sein. Jetzt gehen wir über den Stock weiter rufen. Falsche Seite verleitern. Die Seigurte kann nicht sein. Ob ich Schweiß jetzt aufnehmen? Die Seigurte kann nicht sein. Die Seigurte kann nicht sein. Die Seigurte kann nicht sein. Dann gehen wir nach dem Spur. Hier haben wir auch viele Hilfen geschenkt. Die Seigurte. Die Seigurte müssen. Obwohl die Seigurte ist erhitzt. Ich bin so zitterend direkt, hey? Was ist das für ein Tag? Äh, wie ist das? Ach, was ist das? Der Borgenschiess war halt ein bisschen schwach. Niemand besiegt. Ich habe auch die Spärin geliebt. Ich habe es. 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 Ich muss die Strecke noch etwas blicken. Ich glaube, es ist eigentlich auch nicht zu bekämpfen. Äh, mir ist auch gerade der Delicate umgebrochen. Ich schloss jetzt. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt gehen wir weiter. Das war's für heute. 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 Vielen Dank. Sie gehört mir! Wie ist das denn, Herr Hunk? Ich habe deinem Bruder die Wahrheit gezeigt. Das ist mein Sieg! Und du wirst mir ins Grab folgen! Ich habe uns gewichtert, gegen Attacken geht weiter. Tag, Tag, Tag! Und schon haben wir sie besiegt. Entschuldigung! Stauweinsachse! Sie hat ihn gerettet! Tiere sind wir! Spucke und Kotze! Scheiße und Trink! Sigurd ist so viel mehr! Ich gab ihm das Verständnis! Die Gabe! Du gabst ihm Schmerz! Ja! Um ihn zu erwecken! Ja! All die Macht! Und all das Potential! Weggesperrt! Sein Gott! Im knöchernden Gefängnis! Der Schmerz war nötig, ihn zu befreien! O Gott! Sein Gott! Sein Gott! Seine dunkle Schönheit! O Gott! goes on the lost! Die Schönheit des Göttlichen! O Gott! Die Schönheit des Göttlichen! отдельiste! das Menschen je schaffen konnten. Und du, Evo, du musst all das fortführen. Sehr gut. Ich habe es gerade zu einem Ort gehört, die hier folgen. Jetzt haben sie sich gesehen. Ich bin wieder ein bisschen leidig. Sie sind auf ein Schiff. Ich halte sie auf, bis ihr abgereist seid. Kämpfe gut, Evo. Komm zur Siedlung sobald du kannst. Bogenschützen! Los! Ich bin im Wart, ich habe ihn am Laden im Moment. Oh, es gibt Leute mit der Kampfszene so. Oh, es geht jetzt weiter. Es geht jetzt auch fast ein erdachter Gegner an den hier. Die haben die auch gleich ausgedrückt zu probieren. Es ist, wenn man solche Heppernsiege hat, habe ich das Gefühl. Nur mit grosser Mühe. Ich bin nicht in der Schlacht surface. Ich bin nicht in der Schlacht surface. Ich durfte zurück, drängeln. Ich darf sie zurück. Ich durfte die Flacht surface. Eigentlich hat es nicht richtig funktioniert. Es könnte mich eigentlich schön ausgewichtigen. Ich kann die... Hoppla, 10 mitten nach, hab ich halt gar nicht Ich bin nicht schön ausgewichen, schön ist ausgewichen, der geht haken, zack, bumm So wird es erledigt Dann haben wir den Angriff abgeschlossen, hier Von Story Die Storygeschichte, ich hab viel über das erzählt Das ist nach langem, nach einem vorherigen Kontinent gewesen Unter dem haben wir Sigurd auch gesucht, er ist entführt worden Und jetzt haben wir schon ein paar Spiele gemacht, wo Sigurd gefangen ist Wir haben endlich verfreit Gudrum hat vorheilig geurteilt, Evo Du kannst es mit dem Besten von uns aufnehmen Geh zu deinem Bruder Die Worte lieber Menschen helfen schneller als jedes Kraut Ich werde hier übernehmen Mögen die Götter dich leiten, Oba Bis wir uns wiedersehen Jetzt haben wir die Sien abgeschlossen Ich bin hier in den Fähigkeiten Fertigkeitspunkten Die Danke fürs Zuschauen Die Tätten mir doch liken, wenn euch das Video gefallen hat Tschüss zusammen Tschüss